Herr Herrmann, ich darf Sie recht herzlich hier in der Ausstellung begrüßen. Auf was freuen Sie sich heute am meisten hier bei der Adidas Arena Eröffnung um das 70-jähriges Jubiläum? Ich freue mich zunächst mal überhaupt, dass ich dabei sein darf. Das ist ein großartiges Jubiläum für die Firma. 70 Jahre, eine großartige Entwicklung von Adidas. Und auf der anderen Seite jetzt ein wirklich fantastisches neues Gebäude, das heute auch offiziell mit in Betrieb genommen wird. Und da merkt man, hier wird an dem Standort investiert, da wird in die Zukunft investiert. Das heißt, Adidas hat nicht nur 70 Jahre eine tolle Vergangenheit, sondern auch eine großartige Zukunft. Für unser Bayern sozusagen, aus Bayern heraus in die ganze Welt. Ja, wir sind natürlich stolz darauf, dass diese World of Sports hier mitten in Franken, mitten in Bayern ist, zu Hause ist. Und von hier aus werden ja weltweit in der ganzen Sportbekleidung auf jeden Fall weiter Maßstäbe gesetzt. Das ist schon nicht selbstverständlich. Davon profitieren auch bayerische und deutsche Sportler in herausragendem Maß. Aber es unterstreicht hier eben an diesem Standort schon auch diese Internationalität. Und das ist schon auch phänomenal. Dann freuen wir uns, dass unser Franken, unser Bayern weiter wächst. Und wir wünschen viel Spaß bei der Ausstellung. Genau, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.